Sie und Ihr Lieblingspullover von Joe Am liebsten würden Sie Ihren Joe rund um die Uhr tragen. Deshalb sollten Sie sich gut um ihn kümmern. Schützen Sie ihn vor Mottenangriffen. Motten lieben getragene Wollpullover. Hier sind vier einfache Tipps, damit Ihr Joe lange gesund und munter bleibt. Waschen Sie Ihren Joe spätestens, nachdem Sie ihn 15 Mal getragen haben. Naja, überlassen Sie diese Arbeit lieber einem Profi, Ihrer Waschmaschine. Wählen Sie das Wollprogramm bei 30 Grad und benutzen Sie stets Wollwaschmittel. Stellen Sie die Schleuderzahl auf maximal 600 Umdrehungen ein. Alles klar? Dann zurücklehnen und entspannen. Aber wehe, Sie stecken Ihren Joe in den Trockner. Nach der Wäsche trocknet Joe nämlich am liebsten flach ausgebreitet auf einem Handtuch. Sie kümmern sich währenddessen um Ihre Arbeit oder andere wichtige Dinge. Und als Feinschliff? Gönnen Sie Joe ein Rendezvous mit dem Bügeleisen. Aber immer schön sachte. Bügeln Sie mit Dampf und der richtigen Temperatur für Wolle. Tada! In Nullkommanichts ist Ihr Joe wieder wie neu. Sie genehmigen Joe eine Pause? Bewahren Sie Joe gewaschen in einem geschlossenen Kleidersack oder einer Kunststoffbox auf? Sie wollen ja nicht, dass sich diese lästigen Motten an Ihrem Joe zu schaffen machen. Das war's Leute. Danke fürs Anschauen. Sie möchten mehr Tipps und Tricks, damit Ihr Joe so lange wie möglich in Topform bleibt? Besuchen Sie www.jomerino.com slash waschen minus und minus pflege